Herzlich willkommen! Sonntag eine neue Folge. Die beiden Jungs, die ich heute besuche, die kennt ihr schon. Wenn ihr hier rauf geht, könnt ihr sehen, als ich damals den legendären Kuntaj, aller allererster Auto, was ausgeliefert wurde, habe ich bei den Jungs mir angeschaut. Die haben mich angerufen. Die haben ein ganz ganz spezielles Auto schon wieder. Meinten Hamid, komm mal schnell vorbei. Das könnte wieder interessant sein und deswegen bin ich hier. Aber vorher schauen wir uns mal deren Sammlung an. Moin, alles fit? Wie geht's dir? Immer frisch, der Junge, Alter. Alles fit? Alter Schwede. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Lamborghinis. Zehn Stück hier, ja. Alter, hier, das ist ein Mosellago. Das ist ein 640er, genau. Also hier kam ja schon ein bisschen Audi mit rein, ne? Ja, genau. Bisschen, bisschen. In dem 640er ist ein bisschen Audi. Genau, ein bisschen Audi mit drin. Mosellago, schön so ganz platt, in Perlmoth-Weiß. Ja, Balloon-White heißt die Farbe. Balloon-White, genau. Aber ich hatte mal einen Aventador in der Farbe. Ja, ehrlich. Richtig geil. Da hast du noch mal Balloon-White? Ja, das ist noch ein Balloon-White, genau. Ist das auch ein EG? Ne, das ist ein Schalter. Das ist ein Schalter, krass. Davon gibt's ja ganz, ganz wenige. Das ist eine erste Serie Hand-Schalter, aber trotzdem sehr wenige Autos, ja. Okay, so dann geht's hier weiter, wieder einer. Das ist tatsächlich das gleiche, ja. Ist das gleiche Auto? Genau. Ja. Was ist los mit euch? Ja, wir sind auf die Handschalter fixiert. Ja, ja. Wann habt ihr drei Mosellagos auf einmal so nah aneinander gesehen? Ich nicht. Diablo. Richtig? 91 bis 93er Heckantrieb. Genau. Schwarz-Metallik, ganz selten, ne? Ist auch nicht so oft die Farbe. Mach mal die Haube hin. Ja, mach ich. Weil die zwölf Zylinder sind uns ja bis heute noch, sozusagen. Alter Schwede, das ist ein Motor, wa? Krass. Also das ist, weiß ich nicht, damit könntest du auch abheben, oder? Auf jeden Fall. Jetzt sagen wir euch das, wenn wir gleich hier mit dieser Besichtigung hier durch sind, kommt ein Überraschungsauto. Limitiert auf? 68 Stück ungefähr. Und dazu gibt's eine geile Geschichte, wie du über Nacht irgendwo hingefahren bist und das Auto dir anschauen wolltest und gekauft hast, weil die so selten sind. Ja, genau. Jetzt sehen wir euch gleich. So, und das ist natürlich hier legendär Countach, einer der letzten. Das ist schon ein spätes Auto, ja. Deswegen auch die Kotflügelverbreiterung. Genau. Vom Werk, ganz wichtig. Vom Werk, ja. Und das hier ist bis heute ein Armutzeugnis, dass sie so einen Spiegel angemacht haben. Das stimmt. Weil irgendwann lassen die nach der Wand. Die lassen die immer schon geschickt. Beim Fahren lassen sie ein bisschen nach. Genau. So, und dann haben wir hier nochmal den Countach. Low Buddy ist das. Seid ihr verrückt? Warum? Wie, das ist... Wie viel Wert steht denn hier? Was steht hier in der Halle ungefähr? Ein Auto haben wir uns noch gar nicht richtig angeschaut. Boah, schwer zu fahren. Circa, circa. Komm, hau raus. Vier Millionen. Hier in der Halle. Nur in der Halle. Jetzt gerade hier. Hast du den 350 GT mitgerechnet? Ja, doch, hab ich. Für knappe 400.000, würde ich mal sagen, oder? Sagen wir mal, ja, doch. Oder? 400? 400 ungefähr, ne? 400 kostet der. Jeder redet, es ist Martin Understatement, Understatement. Ja, der ist Understatement. Das stimmt. Mehr Gentleman-like geht einfach nicht. Das stimmt. Chris, guck mal, bitte einmal hier rein. Also wir sind ja alle keine Gentlemans hier. Deswegen ist es kein Auto für uns. Wir brauchen mehr Sportwagen. Aber guck dir das mal an. Ich setze mich mal einmal rein. Darf ich? Ja, klar. So, guck mal. Das ist das, was ich meine. Erstmal, du sitzt hier drin. Es ist schon echt königlich. Dann hast du alles mit Leder bezogen. Auch hier ist alles schön Edelstahl. Kein Plastik. Deine Knöpfe. Ich könnte euch jetzt bis morgen was über dieses Auto erzählen. Tun wir aber nicht. Wir sind nämlich da. Wegen den Lamborghini. Mosilago LP640. Alter, lass doch dein Bruder auch mal reden. Tut mir leid. Ich kann ja das Beste an einem noch sagen. Erzähl. Handschalter. Alter, da steht der. Als Schalter. Als Handschalter. Die Farbe nennt sich wie? Blue Eli. Sonderlackierung? Es ist eine One-Off Color. Die gibt's nur einmal auf diesem Auto diese Farbe. Also ist das auch ein Einzelstück hier? Ja, im Endeffekt ist es ein wichtiges Einzelstück. Krass, es ist ein Einzelstück, dann noch limitiert auf? Es gibt keine Limitierung auf den Schalter, sondern es wurden halt einfach nur so und so viel bestellt. Und das sind 68 Stück gewesen. Okay, 68 Stück, ungefähr über 40 gingen direkt nach Amerika. Für mich was ganz Neues, weil es ist zum ersten Mal, dass ich mich mit dem Mousselago überhaupt beschäftige. Weil, ich muss auch ganz ehrlich sagen, der Moussel, von wann ist er, vom Baujahr? 2009. 2009, da war ja schon, eigentlich war der ja schon abgeschrieben und jeder hat auf den Aventador gewartet. Ja, ja, das stimmt. Das war so. Und da kam ich ja erst so in diese Luxusschiene rein. Okay. Und deswegen war das Auto für mich überhaupt nicht auf dem Zettel. Und ich muss auch sagen, ich habe bisher nicht ein Mousselago in meinem Leben verkauft. Das hättest du jetzt nicht erwartet. Nein, echt. Und deswegen ist das für mich jetzt absolut Neuland. Und wir fangen jetzt mal von vorne an. Wie viele Kilometer hat der? 14.000. 14.000 Kilometer, weil der hat ja gar keine Steinschläge. Der hat ja null Steinschläge. Wie viele hast du bisher in deinem Leben verkauft? Du hast ja mal einen Preis gekriegt, ne? Oder dein Vater? Mein Vater. Mein Opa, mein Vater für die 1995 Dealer of the Year. Ja. Also das war noch die Diablo-Zeit. Ja. Und das war schon eine schöne Auszeichnung. Also die meistverkauften Diabolos damals. Krall. Weltweit halt. Ihr wart ja in den 90ern offizieller Lamborghini-Händler in Düsseldorf, ne? 2003 bis 2000. Ne, 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 ne. Das mache ich. Das mache ich. Ich wollte gerade schon fragen. Soll ich Steffner mit oder? Ah. Okay. Ein bisschen vorwählen. Und dann, alter Schwede. Extrem viel Kofferraum. Es ist Platz, ja. Für einen Lamborghini. Hätte ich nicht gedacht. Es ist Platz, ja. Hätte ich echt nicht gedacht. Und ich finde die Farbe, die Farbe erinnert mich ein bisschen an Corsa Blue von Ferrari. Ja, stimmt. Stimmt. Die Farbe ist geil. Ja, die Farbe ist geil. Die Farbe ist mega. So, und dann haben wir hier die Felgen ganz Standard, ne? Standard, ja. Die sind original auch in schwarz gewesen. Genau. Mit dem blauen Caliper, ne? Dann haben wir hier die Carbon-Einstiegsleisten. Innen kommen wir gleich zu. Ja, hier kommt auch nochmal Audi wieder, ne? Mein Lenkrad. Ja, klar. Genau, genau. Das ist so. Aber wenigstens meine Tachoanzeige. Doch, Tachoanzeige kommt auch schon Audi wieder. Doch, doch, doch. Jetzt hör auf. Bisschen. Ja, ist ja so, ist ja so. Aber seitdem funktionieren die Autos. Ja, mach mal auf, bitte. Dann haben wir unsere Zwölfzylinder hier auch wieder drin, schön. Sauger. Sauger, ne? Zwölfzylinder Sauger. Transparente Motorhaube. Ja, genau. Das heißt hier schön Glas-Motorhaube. Nennt sich ja bei Lamborghini transparent. Und dann ist das Auto ja, Mosellago, heißt ja Ledermaus. Ja. Weil du diese Kien hier rausfahren kannst. Genau, die fahren sich bei bestimmter Motortemperatur aus, damit das Auto mehr Kühlung bekommt. Aber auch manuell, ne? Man kann sie auch manuell rausfahren. Ähm, Krümmer? Werden die hier undicht? Ne, eigentlich nicht. Der ist ja ein Schalter jetzt. Der ist ein Schalter, ja. Was ist, wenn ich meine Kupplung neu machen muss? Wo liege ich da? Ja, schon so bei 10.000 ungefähr. Was noch ein Unterschied ist bei so einem Kupplungswechsel ist zum Beispiel, dass er, der hat den Sensor nicht. Und der Sensor kostet auch nochmal richtig Geld. Hier kann man die Kupplung nicht auslesen bei dem Auto. Ja, okay. Bei dem, äh... Ja gut, aber das kannst du fühlen. Das kannst du fühlen bei dem Auto. Ja klar, logisch. Du hast einen Schalter, kannst du sofort fühlen. Ja, genau. Ähm, 14.000 Kilometer. So wie er hier steht, was wird der jetzt hier kosten? Knapp 550. 550? 600 so. Okay, okay. Da geht die Richtung hin. Die Amerikaner drehen gerade durch auf diese Autos. Ja, genau. Der amerikanische Markt ist am Überkochen, gerade weil der Euro auch so günstig ist. Die kaufen alles leer. Das ist so wie 2007, 2008, 2009, als wir in Amerika alles leer gekauft haben, wo 1,60 Euro, 1,70 Euro war. Jetzt ist es genau andersrum. Die Amerikaner drehen durch und es sind die geilsten Kunden. Das schickst du nur ein Bild. Okay, alles klar, bam, bam, bam. Das Geld ist zwei Tage später auf deinem Konto und dann kommt der Spediteur, holt das Auto ab, wird rüber geflogen. Adios, amigos. Oder? Ja, ja, klar. Fahren wir? Wir fahren. Ja gut, wir fahren mal, ja? Wir fahren mal ein Röhnchen. Die Kupplung ist super. Ja, macht richtig Spaß, die Autos. So, das Auto hast du dir gekauft mit einem Kumpel zusammen? Ja, genau. So als Invest. Ja, ich habe von dem Auto wenig spitz geworden. Dann sind wir eigentlich zwei Stunden später ab nach Monaco gefahren. Von Bonn aus? Ja. Krass. Ja. Und dann seid ihr einfach zehn Stunden dahin gedüst. Ja. Und dann habt ihr euch das Auto angeschaut und dann gekauft, fertig. Habt ihr das Auto direkt mitgenommen? Nee, wir haben den gekauft, Vertrag unterschrieben, dann nach Hause gefahren, dann ist der mit dem Hänger geholt worden. Ach so, okay. Also ich hoffe, ihr seht uns richtig, weil es ist schon ziemlich dunkel. Ich bin ja spontan einfach hierher gekommen, wo du gesagt hast, ja, ich weiß nicht, ob wir das Auto noch lange haben. Dann habe ich gesagt, okay, komm, Moselago hatten wir noch nie. Und ich wurde des Öfteren angeschrieben. Wieso guckst du dir nicht mal Moselago an oder sonstiges? Jetzt haben wir ein Moselago, dann noch ein 640er, dann noch ein Schalter und dann der einzige in der Farbe. Krass. Die Kernfrage ist ja heute, kann man 600.000 Euro oder 500.000 bis 600.000 Euro für ein Moselago ausgeben, ja oder nein? Ist ja die Kernfrage heute. Ist die Kernfrage. Genau. Ich meine, man muss halt bedenken, wie selten er ist. Boah, der fährt so geil. Entschuldige. Alter, fährt der geil. Boah, der Spaß. Alter Schwede. Als Schalter, das ist es halt, ne? Ja. Als Schalter ist der halt gigantisch, muss ich ehrlich gesagt sagen. Als das Auto angekommen ist, ich bin mit dem Alex die erste Runde gefahren. Wir waren wie zwei Kinder, ne? Das war echt unglaublich. Wir hatten so einen Spaß. Und jetzt, wie ist die Resonanz auf so ein Auto jetzt? Ähm, also wir haben das ein bisschen im Internet publik gemacht und wirklich viele, viele Anfragen auch bekommen. Ja. Und man wird das natürlich immer eigentlich so ein bisschen secret halten. Ja. Ähm, aber die Resonanz ist auf jeden Fall top, ne? Das ist doch jetzt ein 2009er Fahrzeug. Genau. Hier würde ich ja jetzt 100% darauf achten, wie viel Besitzer hatte der. Ja. Ist das ein europäisches Auto? Nicht ein europäisches Auto, Unfälle, Nachlackierung. Das ist das, was ich hier zu 100% wissen muss und wissen möchte für das Geld. Genau, das stimmt. Und kannst du das bestätigen? Das können wir alles belegen. Wie viele Besitzer hat er? Der hatte drei Vorbesitzer. Okay. Drei Vorbesitzer? Das heißt, du bist der vierte jetzt? Ja, im Endeffekt. Krass. Ich denke nicht, dass wir das Auto anmelden werden. Achso, okay. Deshalb werde ich wahrscheinlich nicht der nächste Besitzer, aber im Grunde genommen schon. Okay. Okay. Es ist lange in Monaco bewegt worden, das Auto. Ja, okay. Spricht ihr auch einerseits dafür, weil die können ja nicht rasen. Das stimmt. Aber einerseits, andererseits muss das Auto auch richtig mal hart drangenommen werden. Ja, es muss mal drangenommen werden. Genau, das ist es. Ich denke auch, dass wir das erste Mal wieder mit dem Auto gefahren sind, dass der nach einigen Jahren wieder mal das erste Mal richtig drangenommen wurde. Viele Leute, die diese Autos besitzen, fahren sie ja gar nicht richtig. Verstehe. Das ist dann eher so ein Anschauobjekt und die schauen sich den gerne an und fahren dann mal ab und zu, aber auch nicht lange dann. Aber da gibt es auch natürlich wieder so und so Leute. Aber man sieht es alleine am Kilometerstand im Endeffekt. Dass er nicht so viel gefahren wurde. Weißt du, mein erstes Gefühl, wenn ich hier einsteige? Was denn? Das Auto wirkt sehr alt. Ja? Okay. Obwohl ja 2009 jetzt nicht so krass alt. Nee, das stimmt. Das ist nicht so alt. Wenn ich mir vorstelle, was dann mit dem Aventador passiert ist. Das ist ein Riesenunterschied. Es ist nicht ein Riesenunterschied, es ist ein himmelweiter Unterschied. Auch vom Design im Inneren. Genau. Im Endeffekt ist das schon nochmal. Hier ist es sehr schlicht gehalten. Ich meine, das ist schön mit dem Carbon und so, aber es ist schlicht gehalten. Aber man muss sich das mal so vorstellen. Es ist eigentlich das nächste am Aventador. Und den Aventador gibt es nicht als Handschalter. Das stimmt. Das wäre natürlich auch krass, glaube ich. Ja gut, man kann hier sagen, das ist der letzte Handschalter als Zwölfzylinder-Sauger. Genau. Das ist der letzte. Es wird nie wieder einen Handschalter als Zwölfzylinder-Sauger geben. Das ist einfach so. Also bei Lamborghini auf jeden Fall nicht mehr. Aber siehst du hier 600.000 Euro? Das ist die Seltenheit an dem Fahrzeug. Ein normaler Igea Musilago, auch in der Farbe, würde keine 600.000 Euro bringen. Der würde vielleicht 250 bringen mit einer guten Kilometerlaufzahl. Oder 300 mittlerweile auch schon. Also auch die Igea Musilagos im guten Zustand sind sehr schwierig zu finden. Okay. Und sind deshalb auch teuer. Aber hier ist das einfach der Unterschied mit der Handschalter. Das macht den Riesenunterschied. Und es gibt halt wirklich wenige Autos. Und in Amerika werden die Autos für eine Million Dollar verkaufen. Wahnsinn. Boah. So. Da war er ja wieder. Alter. Das ist unglaublich. So. Geil. Ja. Macht Spaß. Das freut mich auch schon. Macht echt Spaß. Also es ist ja viel Diskussion hin und her. Schlüssel. Also hier erkennt man richtig, dass Audi schon hier die Finger drin hatte. Das ist nämlich ein Audi A4. Ja. Ich habe erstmal eine Schlüssel wieder. Ich hoffe, dass das von Lichtverhältnissen her passt. Ehrlich gesagt. Aber ich wollte mir das nicht entgehen lassen. Weil ein Musilago Einzelstück, also in der Farbe und so als Schalter, musste ich schnell ausprobieren. Und ich muss sagen, die Keramikbremsen sind ja gigantisch. Ist ja wahnsinnig, wie die greifen. Und der macht richtig Spaß. Mein Fazit für dieses Auto. Es ist richtig schön. Es ist ein Mix zwischen Neu und Alt. Aber wenn ich mich reinsetze, wirkt der mir schon ein bisschen zu alt, muss ich sagen. Für ein Auto, was ja 2009 ist. Es ist nicht so lange her. Aber trotzdem wirkt der mir zu alt. Die Technik ist, also die begeistert mich komplett. Aber ich weiß nicht, ob ich dafür 600.000 Euro ausgeben würde. Das weiß ich nicht. Aber es sind 100% die Amerikaner und die Asiaten drehen gerade durch auf das Auto. Und das Auto wird definitiv weggehen für das Geld. Gerade mit der Laufleistung und mit der Historie. Genial. Ja. Jungs, vielen Dank, dass wir mitmachen. Sehr gerne. Haben wir immer wieder gerne. Wir sehen uns irgendwann wieder. Definitiv. Immer wieder willkommen. Vielen Dank. Wenn wir mal wieder was Spezielles haben, sagen wir Bescheid. Immer Bescheid sagen. Wir sind so schnell es geht da, auch wenn es dunkel ist. Wir sind da. So, Chris, komm, lass uns schnell rein wegen Soundcheck. Das haben wir nämlich beinahe vergessen. Und es ist so dunkel draußen. Drin ist noch ein bisschen Licht. Das können wir uns nicht entgehen lassen. Zwölfzylinder-Sauger. Und jetzt könnt ihr euch ein bisschen auch die Werkstatt nochmal anschauen. Das Auto kennt ihr ja schon. So, und jetzt. Hier ist alles ein bisschen voll jetzt. Komm, Jason, gib mal ein bisschen Gas. Boah. Boah, alleine was hier für eine Hitze rauskommt. Das ist so geil. Und jetzt. Wow. Alter, schön. Also, wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Ich hoffe, der Beitrag hat euch gefallen. Schreibt mal in die Kommentare rein, was ihr euch noch anschauen wollt. Okay? Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.